ja herzlich willkommen zum zweiten teil des spieles prey in der sick mod modifikation ja dann wollen wir auch gleich weitermachen und zwar lade ich mir doch und erstmal das spiel ein und wir schalten rüber befinden uns in der spirale abwärts also in diesem kapitel und dann schauen wir mal was uns als nächstes erwartet gucken wir mal hier kann ja dieses komische dinge hier raus die haben wir auch wieder ein portal und zwar mittendrin in einem kasten okay hier müsste man irgendwie so eine alien hand hier reinballern jetzt haben wir hier noch mal so ein portal kasten und was dann passiert wenn ich durch diesen portal kasten gehe werdet ihr jetzt und da ist noch einer wo ist er denn wo ist er denn da ist gut okay ich habe ein bisschen schmerzen davon getragen aber so schlimm ist es ja nicht gibt es ja noch welche hier irgendwie nicht muss ich jetzt hierhin nein hier bin ich herausgefallen okay also hier rüber so nur ein portal ganz einfach aus dem grunde weil jetzt plötzlich alles so seitlich ist jetzt plötzlich alles so seitlich ist ich habe nicht darauf geachtet noch mehr mann noch mal noch mal junge ist doch mal was besonders gutes vollkornprodukte wo ich weiß jetzt gar nicht wo ich jetzt hin muss aber im besten erstmal hier ich bin hier rein oder ich gehe hier durch die hier bin ich ja durchgekommen oder gucken wir noch mal jetzt haben wir noch ein heims der irgendwie nein ist er nicht das ist das übel was der hier alles ausspeiten also so eine welt ich wünsche mir niemanden jen ich bin jetzt mal der kopf abgefallen ja wie kann ich das stoppen ist die große frage ich bin jetzt nicht das ist das ist Na gut, okay. Ich kann nichts einladen. Ich habe kaum was verballert. Ah, da ist noch so eins. Mann! Aber das ist der Vorteil bei diesem Tor mit dem Annäherungsmechanismus. Oh, jetzt hat der mir gleich so eine Handgranate, so eine lebendige Handgranate entgegengeschleudert. Das ist natürlich nicht so toll. Ne, schon wieder. Mann, oh man, immer dieses grüne Plasma-Zeug, das merkt man. Okay. Was passiert jetzt? Ah, lebendig. Okay, nochmal ein bisschen mit Sporen aufgeladen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aha. Da war Kurole mit einem Vieh drin. Mhm. Ah, wieder so ein armer Heinz. Erlösen wir ihm vom Leiden. Mhm. Weiter geht's. Wo geht's denn hier links lang? Hier geht das irgendwie hoch. Hier kommen wir nicht durch. Okay, das... Jawoll! Jetzt haben wir wieder hier so Gravitationsbahnen. Und das ist die andere Seite, von der wir hochkommen können. Dann gucken wir mal. Jetzt geht erstmal das Licht aus. Wow. Where in the hell am I? Ja, wir sind hier irgendwo im Weltall. Hammer. Ah, ja. Und jetzt ist auch hier diese Gravitationsbahn aktiviert. Ja, dann wollen wir mal uns auf dieses schöne Abenteuer einlassen. Okay. Ah, da kommt wieder das Heim dann. Oh shit. Okay. Ah, noch mal. Weg. Nee, da ist er noch. Mann. Oh Gott. Ich bin wieder sehr, sehr gefustet. Und ich habe wenig Leben. Das ist mir in die Füße gesackt, sozusagen. Links unten. Naja, vielleicht haben wir ja nochmal Glück, dass wir uns aufladen können. Was? Shit. Oh, wie? Was? Ah, da oben hängt wieder so ein Müllteil. Okay. Wir können uns ein bisschen regenerieren, wie wir hier sehen. Da ist diese... Diese... Uah. Diese Perze da. Okay. Oh, da ist wieder was. Okay. Bin mir sicher. Na? Jetzt ist er hin. Und rechts unten ist das Magazin. Also... Wie viel habe ich noch hier drinnen, nach dem Motto, in meiner Waffe? So. Jetzt falle ich runter. Ja. Ja. Okay. Dann wird es immer eins mit dem wir uns verballern. So nah hätte ich nicht dran gehen dürfen. Oha. Sollts. Was haben wir denn hier für ein Gerät? Okay. Nur ein Flavor-Gerät. Ah, hier kann ich mich aufladen. Ein bisschen. Jetzt geht mir das an die Gürtellinie. Hm. Dann haben wir hier wieder so ein lustiges Ei. Das heißt immer, Achtung, wir müssen ein Rätsel machen. Und dann gucken wir erstmal, wo etwas ist. Ah, ja. Alles klar. Hier haben wir ein bisschen, äh, Munition gefunden. Das heißt also, wir müssen das Ei erstmal hier zu dieser Wabe hier, ähm, hinschieben. Und mal gucken. Ja. Das ist ja noch von den Peoples hier. Okay. Kaputt nicht. Ah, wieder ein armer Schlucker. Ja, jetzt ist er mehr gehörtet. Gut. Okay. Ha. Alles klar. This looks safe. Ja, ja. Du bist ja aber echt optimistisch, Tommy. Ja, okay. Haben wir geschafft. Das hängt noch. Hier kommen wir nicht durch. Ich weiß nicht, ich muss nochmal zurück irgendwie. Äh. Oh, shit. Was denn, was denn, was denn? Ah, supergeil. Ah, das gehört zum Spiel. Ah, das gehört zum Spiel. Woher bin ich? Talon will guide you. Talon? Es kann nicht sein. Also mein Haustier damals. Mein... Ah, mein Vogel. Ich weiß nicht, was denn... Ich weiß, was du sterben. Ich weiß, was du sterben, ja? Oh, mein Gott. Ich weiß, was du sterben. Das Land der... All diese Cherokee-Krappe ist ein Bunches Superstitious-Bullshit. Ich glaube das nicht. Deine Werte werden bald verändern. Wie kam ich hier? Dein Geist, Talon, hat dich hier gebracht. Talon? Meine Pett-Hawk? Er ist tot, als ich ein Junge bin. Oh mein, all your life you have rejected the ways of your ancestors. Now, you must embrace your heritage, if you are to survive. I don't have time for this. Jen's in trouble, I've got to find her. You must learn the old medicine, Tommy. It is the only way. Let me show you. Alles klar, das ist sozusagen die geistige Welt nach dem Tode. Also der Glaube der Cherokee. Ich glaube, jetzt wird das Ganze auch ein bisschen aufgeklärter. Na, wo ist mein Walke? Kann man nochmal eben kurz runter gucken. Auf diesem Platz. Wo ist mein Walke hin? Ah, hier hat es wieder einen Hinweis. Ja, ich hätte auch hier rüber gehen können, glaube ich. Ja, okay. Jetzt gehen wir mal hier hin. In dieser Tür ist ein Test. Oh, 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 oh. Oh, war ja. Lange her, dass ich das gespielt habe. Hier gibt es einen Test. Also hier ist Feuer. Was zur Hölle ist das? Lass mich hier raus, ich muss zurück zu Jen. Ja, jetzt gibt es die neue Funktion, und zwar eine Seelenwanderung. Die aktiviere ich mal. Jetzt sehen wir hier so einige Symbole viel deutlicher. Und auch einige Hinweise. Hier ist das Feuer, hier können wir ruhig durch. Jetzt kann ich hier was bewegen. Und wo ist der Körper? Der ist hier. Heißt also, ich bin sozusagen in einer Astralwanderung. Ich finde das richtig cool. Jetzt gehen wir wieder zurück in den physischen Zustand. Nichts, kein Obstacle im Leben kann in der Weg in deinem Geist. Du bist wie ein Chameleon, der nicht geworfen bewegt. Irgendwann. Okay. Ich habe die kleinen Test. Ich geh mir zurück. Erstens, du musst die Hand, du musst lernen zu kämpfen. Du musst lernen, zu kämpfen. Dann gehen wir mal hier durch. Okay. Wie wir den Bogen kriegen, ist ja klar. Ja. Wow, jetzt fliegt es wieder zurück. Zweite Chancen. Okay. Das ist wieder so ein blöden Eins. Irgendeine Stimme hat zu mir gesprochen, eine Frau. Und, äh, die wird wohl die Obermutter des Ganzen. So, gucken wir mal eben, wo wir dich hier platzieren müssen. Ah ja, ich sag noch was zu unserem Talon. Er kann sogar hier diese Schriften übersetzen. Und auf den Vogel, auf diesen Falken, müssen wir gut hören und gut achten. So, kommen wir bestimmt hier durch. War echt zu nah dran. Ja gut, okay, hier wird wieder was ausgeschieden. Das heißt, wir gehen hier durch. Boah. Boah, durch den Dünndarm hier. Boah. Ekelhaft. Oh, da schwebt wieder so ein... Jawohl. E-Neh, Nisi. Dann gehen wir mal hier durch. Und jetzt sehen wir auch hier so eine Art Spinnenweben, dass wir hier rüberkommen können. Hier gibt's noch einen Eingang. Den können wir allerdings nicht öffnen. Gehen wir mal wieder zurück. Den Körper. Ich glaube, ich hab was vergessen. Kann das sein? Ach ja. Mhm, okay. Der kleine Vogel, der zeigt mir das. Was ich machen muss. Jawohl. Ist ja nicht süß. Ich habe mal vor Jahren eine Falkenfeder direkt bei mir vor der Haustür gefunden. Eine Falkenfeder. Ein Freund von mir, der weiß ganz genau, der die schon gesehen. Wusste gar nicht, dass es eine Falkenfeder ist. Na gut, okay, weiter zum Spiel. Ja, hier gibt es übrigens einen kleinen Hinweis, wo ich diese Seenwanderung aktivieren kann. Oder muss. Also immer, wenn man hier gut guckt und dieses Symbol entdeckt, dann heißt es Astralwanderung. Boah, wo ist denn das hier? Schöne Schilder mache ich. Hier, wo, 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 wo. Was? Wieder irgendwas. Ah, Mann. Gut, Herr, wo, wo ist er hin? Schade, ich habe ihn nicht gesehen. Naja. Okay. Hier, da ist ja dieses Symbol. Und so, jetzt gehen wir wieder durch. Ah ja, schön. Der kann mich nicht sehen. Hehehe. So, Kraft, was steht da? Kraftfeld aktivieren. Perfekt. Ja, dann wieder zurück. Okay. Ah, Gott. Jetzt liegt hier so ein Ei. Aber ich glaube nicht, dass ich hier was machen muss. Ich muss lediglich hier. Wo kann man denn her? Ach, da ist er. Oh, weia. Jetzt habe ich gepennt. Ja, das sind so fliegende Dämonen, die ich abschießen muss. Die roten für mein Leben und die blauen für meinen geistigen Spirit. Irgendwann falle ich wieder zurück. Wo ist denn jetzt hier was gewesen? Es ist viel zu dunkel. Ich konnte das nicht erkennen. Ach, da. Oh, Mann. Oh, das ist echt. Hier muss man wirklich aufpassen und umdenken. Oh, Mann. Okay, gehen wir hier weiter lang. Aha. Gucken wir mal in der geistigen Geschichte. Aha. Hier ist ja das Zeichen. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Das ist definitiv weirr. Aber es könnte in Hand kommen. Ja. Das sehe ich auch so. Obwohl kein Mobiltelefon hier im Spiel ist. Ja. Danke, Ginta. Er ist hochgefallen. Gravitationsband hier. Also wirklich, hier muss man wirklich umdenken. Talon, alles gut. Was passiert hier? Ah, hier kann ich nochmal ein kleines Ding rüberschieben. Und wir gehen wieder in die Spektralwelt. Ähm, ja. Hier drauf. Hm. Wie war das jetzt nochmal? Okay, die Sperre ist noch da. Sperre kann ich nicht aufheben. Sorry. Das bin ich selber. Steht hier. Organische Bedrohung. Bearbeitung Bedrohung. Ah. Da haben wir etwas gefunden. Schauen wir doch mal, wie wir weiterkommen. So nicht. Ja, ich muss das noch herausfinden. Das ist nicht so einfach. Gehen wir nochmal hin. Okay, hier komme ich nicht weiter durch. Vielleicht muss ich das hier nochmal aktivieren. Ah, Moment, Moment, Moment. Verstehe oder verstehe ich es nicht? Ich verstehe es doch. Was machst du denn hier? Ja. 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 Wo ist der andere? So, ich muss mich mit meinem Körper, wie ich das mitbekommen habe. Muss er nochmal hier hoch. Auf diesem Segment hier stehen. Und, ähm, dieses Ski hier aktivieren. Ja, okay, da stehe ich. Heuerlich. Sind wir wieder hier? Beziehungsweise, jetzt sind wir hier. Wir kommen weiter. Mein Glück. Oder ich bin wieder zurückgefahren. Bin ich das jetzt wirklich? Tatsache. Ha, ha, ha. Nur zu Demonstrationszwecken, liebe Leute. Da muss ich das Ganze nochmal anders machen. Das war nochmal von vorne jetzt. Ja, genau. Immer wenn ich spirituell bin, dann falle ich natürlich auch runter in die richtige Richtung. So, jetzt aber. Jetzt muss es klappen. Jetzt kommen wir in die richtige Richtung. Oh, weia. Ich habe ganz wenig, ähm, Leben. Was ist denn? Nee, hier bin ich doch her. Ja, wie lustig ist das denn jetzt? Ach, ja. Ja, es ist lange her, liebe Leute. Schade. So, jetzt. Da war ich doch schon mal. Menschenskin. Also hier muss man echt achtdimensional denken. Jo. Da haben wir ja natürlich wieder. Die Geschichte. Also, jetzt kommen wir wieder auf den anderen Grund. Also war ich dann doch irgendwie hier richtig oder wie oder was? Hä? Nein. Verrecker ins nochmal. Ich glaube es ja jetzt nicht. Oder muss ich hier noch was? Talon, was sagst du denn hier? Kraftfeld deaktiviert. Kraftfeld aktiviert. Kraftfeld deaktiviert. Also. Hm. Okay. Ach, ja. Anfangsschwierigkeiten ich habe. Also muss ich jetzt hier rüber oder was? Oh. Ich könnte echt. Oh. So, zack. Rüber. Ja, ich wollte es euch nochmal das dritte Mal zeigen. Und wenn ich nicht weiter weiß, das ist jetzt spiel ich hier live ein. So, ich schneide es nicht mehr. Ich spiele es einfach nur live ein und deswegen. Hä? Also gehen wir hier nochmal hier hoch. So. Dann geht es hier weiter. Ja, natürlich. Okay. Aha. Was ist das jetzt hier? Saugen. Nee. Nee. Eine neue Wand. Alles klar. Ja. Liebe, liebe Zuschauer. Danke, dass ihr hier mal reingeguckt habt in den zweiten Teil. ich mache natürlich noch weiter. Schreibt mir einen Kommentar, gebt mir ein Abo und hebt mir den Daumen. Ich sage Tschüß!